und dann und dann ja gut agents blöcke setzen ja machen müssen wir spawnen die monster genau du wirst hier weiter gegangen in den raum rein alles mitnehmen was hier gibt was man mitnehmen kann was man gewohnt dann hättest du dich höchstens hier hoch stecken können ich nehme jetzt ich gehe noch mal creative ja da ist aber auch bedrock oder nicht ja dann hättest du die einzige das einzige was hätte machen können hier hoch buddeln können sie hoch bauen müssen können bis hier oben hindurch das wäre dann trotzdem durch mal kurz das einzige gewesen ja hier hättest du dich hoch brauchen können deswegen kannst du auch genug abbauen oder zu sicherheit durch ja dann nimmst du die ende in der core unterwegs mit brauchen hier nicht bleiben das siegel hast du hast du das siegel jetzt eigentlich ich hab sie das sein für die quest richtig ja okay mach das mal mal null detect wenn du das hast ja jetzt die europa können und da wäre es eigentlich feiern gewesen ich darf ein stück weg und dann hätte man da hinten mal wieder raus müssen klatsch hier runter voll schaden nehmen von abbauen ja das worden abbauen genau du kennst das problem sporn abbauen sporn tot abbauen ja lass dich ja jetzt abbauen ich bin jetzt das wäre jetzt die 1 gucken vielleicht ist hier nämlich auch noch versteckt ach glaubt das einzige versteckte wiki die wolle noch die da gefunden ist in dem gang ja kann sein die fände dann hier noch ein bisschen bisschen hell hier eben so und dann hättest du dich hier durchwohnung wieder können und hättest den gleichen weg wieder zurücknehmen müssen ja ja hättest du auch du kommst ja nicht hoch und das wäre kein port oder so gut du hättest dir dann tatsächlich sachen reinschmeißen können weil er ja stehen bleibt sonst hätte man ja ist nix bisschen komisch finde ich eigentlich das schon hast du jetzt manual detect das ist die versteckte die du gefunden hast hier oben ja hier habe ich die habe ich in der hand das sei das ding so offen oder was ja ja war so offen ja dahinter taucht nur der türkern und für sowas macht man so einen riesen aufwand nö wieso nicht ne ist ja eigentlich relativ schwer das zu finden also da durch zu kommen durch zu kommen ja aber dann hättest du mehr sachen ob sie den glas kriegst du dennoch zu richtig aussehen kannst du ob sie den scheiben machen dann kannst du tanks wieder daraus bauen ja ja ein bisschen schon komisch aufgebaut aber nur wegen diesem tipp man dann halt nur mit diesem siegel was man da jetzt bekommen hat was du da jetzt hast wegen den siegeln ist doch so und dann gibt es die fusion reaktor also muss dann irgendwas kommen was ich was jetzt unten schon aufgebaut habe gestern was ich da gebaut habe dieses fusion reaktor wie kommt man hier da hatte ich ja gestern schon aufgebaut wenn du das jetzt war nur detect ist ja warte doch was noch ganz schön nicht raus ich kann schon weitermachen und mir doch egal mir doch egal wo ich so lange nach dem bien dann ist das was es da geht er ist nicht wirklich viel da ist eigentlich total chillig gewesen ja deswegen auch die diskette auch nightmare mit der diskette manu ist hat so zwei nether queues ich hab zu viel dabei so wie immer davon noch mal nicht cloud in der border habe ich wieder bekommen naja so das weg das weg das weg das 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 freu nicht das nicht das nicht das nicht sie hat Climeword pick up in der sack hier ok so oh ne und ich hab die doch schon und ich hab weiß nicht ich hab das ding doch gestern aufgebaut ich trottel jetzt musst du es noch mal aufbauen ne ja ich kann es noch mal abbauen und noch mal aufbauen fusion wall da ist irgendwas mit nether nether ja ja das ist ja nicht teuer das ist halt nur ach die mats habe ich glaube ich sogar noch alle eisen habe ich glaube ich massenweise vom p-zeug habe ich ja auch noch eh eh ähm nether queues ja der ist für was anderes noch können wir jetzt hier behalten ja wenn du eigentlich den damals für den ding gebaut äh jetzt brauche ich eisen eisen habe ich in der zweiten etage der lädt auf super und 4 billions habe ich jetzt hm ja wir haben glaube ich sogar noch mehr ach ich muss dann ach ne hier muss ich eisen mitnehmen die vm wolle hast du die schon platziert ja die rot habe ich schon platziert ich habe hier die schwarze boah hast du schwarz gesagt ja ich habe schwarz gesagt wow wo ist denn black hier vorne glaube ich blacky stell mir black hier im regal ab kann man den nicht aufeinander stacken was man muss die immer auf ne draufklicken um die aufeinander zu stacken ne die wolle überhaupt stacken ja wie jetzt die vm wolle ja sonst kannst du die nicht aufeinander stacken ich habe die ich nur nicht immer mit shift links klick aus der kiste raus sonst senken sie sich auch naja laber nicht jetzt brauche ich wieder ne workbench stellen oh ich habe nie unten ne workbench transfer node und mining ja ja transfer node haben wir doch irgendwo ne mal 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 keine ahnung jetzt habe ich wieder 36 einfach gemacht wie ich vorher auch gemacht hatte klein reward dann bekommen wir noch ein legendary pack ja 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 schmeiß ich hier das eisen konzern out liquid beta was auch in ordnung geht ach die honeydorms items ähm 50 cinnebar oh mein gott ich das schlechteste was man kriegen kann ganz fern out dip 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 item hier brauche ich einen ok zack und bum 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 das machen wir dir labs also stone slabs glass nethercube nethercube nehmen wir mal stone und mal aus der kiste ne ja weil ich ein paar brauchen und dann kriegen wir gleich das end ne das weißt du ne ne gleich kriegen wir das end ja oh well ist na das ist ein jubi haben wir ja irgendwo noch glas gehabt weißt du das du den warte von ne in brennkiste so wir brauchen jetzt 20 nethercube 20 ja 20 ich hab zwei ich hab auch zwei ein oder zwei haben wir noch in der kiste so hier ist ihr dann verarscht oder so warum 20 nethercube hm das die brauche ich oh das hat magnet an ich hab extra ausgemacht komm dankeschön so welche brennkiste haben wir denn glas da wo der ofen ist da wo der ofen ist hier ist glas drin in der brennkiste da ist ne glas drin da ich gestern glas gebraucht habe da wir haben zwei sechs reingeworfen hä warum weißt du wie viel sand da weißt du wie viel sand wir mittlerweile haben durch durch die mobfalle oder hab ich das erlaubt hab ich das erlaubt du hast zwei jänner ne hast du die in die reingepackten ne hast du nicht ne habe ich hier bei mir ok die brauche ich brauchst du ja nether tipptipp tipptipptipptipp kuscheln nam 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 ja guck mal wieviel wizard wir noch haben wizard zehn stück das sind nur noch drei das sind sieben ein redstone block eine kiste dein oder mit helium tipptipptipptipp oder ich stelle es her helium so ein davon das kann man glaube ich auch bestimmt herstellen zwei davon eine chest wir müssen echt mal erstmal ein crafting table bauen wenn wir ein system machen hab ich vergessen hab ich vergessen heute zu machen helium 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 dann schwebt da jetzt in der luft schweb okay wir müssen tut okay hydro in dem fusion chamber mining upgrade das versuchen wir jetzt aus vier stück 1 2 2 zacken 1 2 1 naja so war kein helium alles klar Ich will Helium Boll